In Amsterdam träumte ich, ich hätte meine Mutter wieder gesehen. Dieselben wunderschönen hellblauen Augen. Das ist das, von dem ich dir erzählt hab. Als ich sie verloren hatte, verlor ich jeglichen Orientierungspunkt, der mich an einen glücklicheren Ort geführt hätte. Du bist der Junge, oder? Dessen Mutter darin getötet wurde. Wir alle sind von Zeit zu Zeit furchtsam. Du weißt nie, was über deine Zukunft entscheidet. Du weißt. Etwas zu verlieren, das Unsterbliche hätte sein sollen. Bitte sag mir, dass es nicht wahr ist. Untertitelung des ZDF, 2020